Hallo und herzlich willkommen auf meinem Gemüsebalkon. Wenn ihr Paprika überwintert habt, ist jetzt die richtige Zeit, um die Pflanze zu reaktivieren und umzutopfen. Was ihr dabei beachten müsst, zeige ich euch jetzt. Zum Ende des Winters ist auch die Zeit der Überwinterung für die Chili-Pflanzen vorbei. Jetzt können die Chili wieder intensiv versorgt werden. Bevor ihr aber eure Chili-Pflanzen in die neue Balkonsaison startet, müssen sie für die neue Saison erstmal vorbereitet werden. Damit schafft ihr dann für die Chili-Pflanze ideale Bedingungen, um gestärkt auszutreiben. Dann könnt ihr im Sommer sogar mit einer höheren Ernte rechnen als im Vorjahr, weil eure Pflanze einfach schon etwas größer ist. Wie ihr Chili nach dem Überwintern pflegen solltet, zeige ich euch jetzt. Starten wir doch aber zunächst mit einem kleinen Rückblick. Im Herbst hatte ich die Chili-Pflanzen auf dem Balkon winterfest gemacht. Hierfür habe ich die Chili von Schädlingen befreit, dafür habe ich die Blätter nach Schädlingen abgesucht und Nematoden im Boden bekämpft. Nachdem die Pflanzen dann frei von ungebetenen Gästen waren, durfte die Chili-Pflanze ihr Winterquartier beziehen. Hierfür habe ich einen möglichst hellen Standort gewählt. Ein dunkler Standort würde dazu führen, dass Chili-Pflanzen im Winter einfach eingehen. Zusätzlich habe ich die Blätter während der Zeit im Winter wöchentlich mit einem Wassersprüher benetzt, um der trockenen Heizungsluft zu begegnen. Während der Winterruhe wurde die Chili- Pflanze kaum gegossen, lediglich etwas Wasser habe ich einmal pro Woche dazugegeben. Das ist wichtig, da auch die trockene Heizungsluft die Erde schnell austrocknet. Gedüngt habe ich auch in der ganzen Zeit nur einmal mit etwas Flüssigdünger. Trotz der geringen Versorgung wuchs die Pflanze trotzdem kräftig. Sie bildete sogar einige neue Blätter und sogar Blüten aus. Und aus diesen Blüten kamen sogar kleine Chili-Früchte. Die habe ich allerdings abgetnipst, da ich der Pflanze Kraft sparen wollte. Zum Ende des Winters beginnt für die Chili die neue Anbausaison. Bevor die Chili wieder auf den Balkon gesetzt werden, müssen sie aber noch richtig gepflegt werden. Hierzu gehört zunächst ein leichter Rückschnitt. Das heißt, ihr entfernt erstmal alle kahlen Äste und auch alle welken Blätter. Nur die kräftigen Haupttriebe mit frischen Blättern bleiben erstmal stehen. So fließt dann die Energie an die richtigen Stellen. Für die Nährstoffe braucht die Chili-Pflanze dann noch frische Erde. Die alte Erde aus dem Vorjahr ist ausgelaugt, sie bietet auch keine Nährstoffe mehr. Daher setzt ihr jetzt die Pflanze in einen Topf mit frischer Gemüseerde um. Ideal ist, wenn ihr auch etwas Langzeitdünger wie Hornspäne dazugebt. Jetzt bleibt die Chili-Pflanze erstmal noch bei euch geschützt. Wenn es dann wieder über zehn Grad werden, kann die Pflanze tagsüber auch auf den Balkon umziehen. Nachts sollte der Topf aber auf jeden Fall noch reingeholt werden, bis es auch nachts nicht mehr kälter als zehn Grad ist. Wenn die Pflanzen dann draußen auf dem Balkon sind, brauchen sie wieder intensive Pflege. Das heißt, sie brauchen als Starkzieher regelmäßig Dünger. Alle zwei Wochen etwas Flüssigdünger ist da ganz geeignet. Natürlich auch viel Gießen und einen ganz hellen Platz mit viel Sonne. So treibt eure Chili dann schnell aus und da sie jetzt einen Wachstumsvorsprung hat gegenüber den Jungpflanzen aus den Vorjahren, könnt ihr auch sehr viel schneller mit einer größeren Ernte als im Vorjahr rechnen. Das war es jetzt auch schon zum Pflegen und Reaktivieren von Chili nach dem Winter. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, kommentiert es gerne, dann helfe ich euch weiter. Ansonsten habe ich es hoffentlich ganz gut gemacht und vielleicht lasst ihr mir ein Like da, abonniert den Kanal und kommt mal vorbei auf der Seite www.gemüse-balkon.de